Jetzt finde ich nicht mehr den Weg nach Hause, doch hier ist doch, hier ist der Weg, warte mal, genau, hier ist der, hier ist der kleine See, genau, hier ging es lang, ich bin auch doof, das ist dick und fett, habe ich da diese blöde Anzeige, weißt du, wo geht es denn nach Hause, also manchmal würde ich mir echt so selber an die Stirn fassen, einfach nur, weil ich selbst so doof bin, ist echt unglaublich, Alter, wo geht es denn lang, da, du Idiot, da! So, durch, 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 war da gerade einer, nee, das war nur ein Stein gewesen, durch, 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 ach Gott, ach Gott, oh Gott, oh Gott, warte mal, Essen, 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 wir brauchen unbedingt Essen und dran, so, oh, hast du schon mal einen neuen Lizard Skin gesehen, oh, mh, so schick, aber ich glaube, wir können Hunger haben, solange, solange, äh, das Trinken voll ist, ich glaube, das ist in Ordnung, weil noch macht er ja nichts. So, nehm ich mal eben kurz mit, da hinten sitzt ein Lurch. So, gut, dann braten wir doch mal einen Lurch, Alter. Erstmal kurz anmachen hier, so. Das ist ewig brennende Kohle. Hallo, ich drück doch, ach hier, eher. So, einmal C, C und hier ist doch gerade eben irgendwo ein Vogel gelandet, oder? Da. Alter, hätte ich jetzt Bock auf Vogel. Ich komm hinterher! Naja. Oh, warte, 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 ich fang, ich fang nicht ab. Ich fang nicht ab, komm her! Komm her, trau dich! Trau dich, kommt zu mir! Was läuft denn da gerade so behindert? Irgendwas tippelt hier doch. Da war doch gerade so ein... War hier doch... komisch. So, erstmal schönen Lizard. Frischer Lurch. Da kann ich doch sicherlich auch... Lecker Vogelfleisch! Auch noch richtig schön infiziert mit der Vogelgrippe. Lecker! Geil! Okay, Magen ist jetzt eh voll, von daher, wir machen weiter. Hoppelhäschen! 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 So, hier, wähl die Axt aus. So. Es wird wieder gearbeitet, liebe Freunde, es wird wieder gearbeitet. So Den hier auch nochmal eben Warte, ich lass jetzt mal wieder die Energie ein bisschen aufladen So, jetzt Warte mal, kann ich eigentlich auf den Bäumen surfen? Geht das? Ja, ein bisschen Aber auch nicht so wirklich geil So, den hier auch nochmal Ich will jetzt mal direkt hier die ganzen Bäume niederwalzen Damit wir nicht die ganze Zeit nochmal holzen müssen Mal ruhig die Dinger jetzt nur noch holen Und dann ist fertig Ja gut, bis das Dach kommt, ne So Warte mal Baum surfen Na, hat nicht so ganz geklappt, egal Gut, weiter geht's So So Guck mal, viel ist das auch nicht mehr an Wänden Wenn die Wände erstmal stehen, dann sind wir auch eigentlich erstmal sicher Achso, ich dachte, das wäre ein Lois gewesen Aber es war nur eine hässliche Textur So So, Baumstamm Pop, pop Hatten wir hier nicht Achso, stimmt ja, das kommt ja von Äh, genau Ich hab mich grad gewundert, hatten wir hier nicht Fenster gehabt Aber die kommen ja immer erst, wenn's fertig ist Dann werden diese Löcher dort ja erst immer reingeschlagen Ich glaube diese, äh, Stummel Die stumpfen hier Die kann man, glaub ich, auch wegmachen, oder? Ich war der Meinung, ja Würde ich eigentlich sonst ganz gerne machen Dass wir so ein bisschen freie Fläche haben, quasi So Ich probier das mal eben kurz Eih, so ein Stummelchen Also, warte mal Also ich kann draufschlagen, das geht Tatsache, geil Aber nur so weit Ach doch, die gehen komplett weg Ach geil Das ist ja cool Das ist ja nicht gut Weil ich find, die stören immer Wenn diese Dinger da immer überall rumstehen Ist immer so ein bisschen blöd Und wenn die dann weg sind Dann kannst du die ja noch richtig schön bauen Das ist ja gut Das find ich klasse Ist ja geil Gut Wieder was dazugelernt, ne? Hallo, geh mal bitte da rein Hallo, geh mal bitte da rein Hallo, geh mal bitte da rein Hallo, geh mal, danke Ich nehm jetzt einfach jedes Mal, wenn ich hochlaufe Hier einen von denen mit So Na komm, wenn wir grad schon dabei sind Ah, jetzt ist die Ausdauer wieder im Arsch So Jetzt wird die Wand auch fertig Und dann nur noch diese zwei Das sollte eigentlich relativ schnell gehen Ich glaub, vielleicht müssen wir noch ein paar Bäumchen umfällen Aber dann geit das So, den hier zum Beispiel So, ja Wie lange nehm ich eigentlich Ach du Scheiß, ich bin ja schon bei über einer Stunde Ach du Kacke Ist ja krass Ich bin gerade mal ein bisschen am überlegen Was man hier noch so hinbasteln könnte, ne? Auf dieser freien Fläche, die wir hier gerade wegroden Hallo? Ja So, erstmal wieder Energie aufladen Ich kann ja mal eben kurz So Zack Da ist die Ausdauer wieder Trinkst du einen Schluck Cola Dann bist du sofort wieder voll am Start Völlig klar Aber auch nur bei Coca-Cola Na komm Fall endlich Fall Danke Gut Ich fang mal hier hinten an Ich finde, das sieht schon ganz gut aus, das Haus, ne? Es ist schon schön Es fügt sich schön Ja, es fügt sich gut ins Bild hier mit ein So So So, und wie immer erstmal nochmal hier einen kleinen Stummel mitgleich mitnehmen Damit die Dinger auch weg sind So Ausdauer ist natürlich wieder voll für den Arsch, wenn wir sowas machen Warum singe ich das? Kann mir mal jemand sagen, warum ich die nationale Hymne von USA singe? Von USA, Alter Gott Jetzt fange ich auch schon so an zu reden Ist ja furchtbar So Einer Ähm Kleine Frage Habt ihr eigentlich mal Lust, dass hier der Also ich denke mal den Werden denn die einen oder anderen hier aus der Community Sicherlich kennen hier der Crazy Shark Habt ihr mal Bock, dass er hier dann auch mal mitspielt? Weil ist ja eigentlich auch ein ganz witziger, ne? Dann kann er hier auch mal ein bisschen mithelfen Ein bisschen mitspielen Kommt auch mal ein bisschen mehr Pepp rein Weißt du, dann gibt's auch mal ein bisschen mehr Gelaber Und nicht die ganze Zeit immer so eine Stille Ich weiß auch nie, worüber ich so reden soll Das ist immer das Problem Weißt du, das ist immer das Praktische Wenn du mit anderen zusammenspielst Da wird einfach immer geredet Das ist das Geile Äh, aber wenn du alleine spielst Du musst echt überlegen Boah, worüber kannst du denn reden? Was gibt's denn so für Themen, die du mal ansprechen kannst? Ich find gerade in The Forest kannst du das super gut machen Ihr könnt ja auch ruhig mal, äh, mir mal unten reinschreiben Habt ihr mal irgendwelche Themen? Irgendwelche schönen Themen Über die man vielleicht mal ein bisschen diskutieren kann Also, beispielsweise Ey, Tobi, sag mal Wie ist eigentlich deine Meinung zu dies und das oder so? Das kann man doch mal machen Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Ein bisschen was zu quatschen So Ich glaub, die Wandwehr ist dann jetzt fertig, ne? Uh, hallo Ne, hier fehlt noch ein Baumstamm Ein Baumstamm Der fehlte hier Ein Baumstamm Der fehlte hier Ein Baumstamm Der Ja, fehlte hier Mehr fällt mir nicht ein Eigentlich kann man ja auch echt super hier mit Musik im Hintergrund spielen, oder nicht? Einfach so eine richtig schöne, entspannende Musik im Hintergrund spielen lassen Das geht doch eigentlich Kann man ja eigentlich machen So, fertig Drops Baumstamm, Alter Okay, pass mal auf Äh, die Decke, die Decke, die Decke War doch nie Das war hier gewesen, ne? Was ist das hier? Boden Das ist Boden Dach Was ist das denn für ein Dach? Ich dachte, das wäre so Mehr, ein bisschen mehr in die Spitze So Aber warte mal Was kann ich da mit C machen? Was kann ich hier mit C machen? Hä? C? Hä? Soll der Scheiß? Keine Ahnung Äh, warte mal Nein, das will ich doch gar nicht Ich will das ganz normal So E Ah, alles klar So, warte mal Dann können wir doch Mach ich das so ganz hoch? Nee, ne? So ein bisschen flacher Würde ich einfach mal sagen So Das sieht ein bisschen komisch aus Mit der Lücke da oben drin Ähm, ich hoffe, die wird dann noch Irgendwie ausgefüllt oder so Warte mal Wie sieht das von hier aus? Ah, richtig Das sieht richtig schick aus, Alter Das ist ein richtig schönes Haus Da haben wir ein richtig schönes Haus gebaut, du Finde ich Auch nicht zu groß Auch nicht zu klein Das ist genau richtig eigentlich Ja, ich mach mal wieder was Warte mal So Einmal hier Ein Schlückchen Cola Cola, hallola Das macht mich frohler Oder irgendwie so Ich hab keine Ahnung So, und hier nochmal Happen essen Das Lagerfeuer können wir auch mal wieder anmachen Hatten wir ja nicht noch Lurch dabei gehabt Nein, hatten wir nicht Okay Es wird gleich jetzt sowieso wieder Nacht Dann können wir auch wieder schlafen gehen Wird das hier eigentlich zugemacht? Hier vorne? Hm Also ich hoffe, dass das da zugemacht wird Das wäre sonst ein bisschen blöde Sonst haben wir da ein dickes, fettes Loch drin Das ist ja irgendwie ein bisschen Karke So So Einmal mitgenommen Pock, Pock Ah, ja Hm Hm Wie immer bin ich am Nachdenken Wo drüber man reden könnte Würdet ihr eigentlich ganz gerne mal Äh Zwei Videos Also wie ist das eigentlich bei euch? Wollt ihr eigentlich mal zwei Videos am Tag von mir haben? Oder würdet ihr sagen, eins reicht? Also ich krieg das ja momentan Es ist ja noch so, dass ich nicht mal Äh, die gesamte Woche durchgehend ein Video hoch Äh, jeden Tag ein Video hochhauen könnte Äh, mache Tue Tue Dass ich, ja Ähm Ne Ich wollte auf jeden Fall mal versuchen Wirklich mal durchgehend Äh, jeden Wochentag Also Montag bis Donnerstag In dieser Uploadplan eben, ne Dass ich dann einfach mal Videos hochlade Aber wie würdet ihr das denn finden? So zwei Videos am Tag Also ich könnte es hinbekommen Das wäre natürlich wieder ein bisschen, ne Zeitaufwendig Aber es geht Ach guck mal Jetzt müssen wir Holz nachlegen Also es wäre natürlich ein bisschen zeitaufwendiger Aber es könnte gehen Was Wie findet ihr das denn? Also Würdet ihr Würdet ihr überhaupt gucken? Könnt ihr ja mal in die Kommentare hauen Wenn ihr möchtet Wie gesagt Also so, so Inni-Horror-Spiele Das kannst du mal eben schnell aufnehmen Und auch mal eben schnell zuschnibbeln Ach guck mal Warum habe ich den dann angefangen zu hacken Und nicht aufgehört So, so Pass mal auf Ich mache in dieser Aufnahmesession Nochmal das Haus fertig Also das Dach mache ich hier jetzt noch fertig Und dann mache ich auch erstmal Pause Dann reicht das erstmal für heute Also für mich zumindest Ich kriege der einzelne Folgen Na komm, wir nehmen mal wieder hier ein bisschen Dingens mit Och was hat der denn jetzt schon wieder meine Hausdauer, Mann? Immer wenn ich hierauf rumkloppeln will Da ist die Hausdauer wieder total im Arsch So, mach dieses Scheusal da weg Lass deine Wut freien Lauf Alter, dieses Arten, ne? Dann werde ich ja langsam so ein bisschen rattig Bei diesen Das ist schon geil Das gefällt mir Find's ja auch witzig Wie krass das hier beleuchtet wird Weißt du, er mit seiner kleinen Pümmelflamme da Ne? Und das leuchtet hier einfach mal wie so ein Leuchtturm So, Baumstamm Baumstamm Hier, hier, da Baumstamm Da So Pennen geht ja leider noch nicht Habt ihr ja eben schon gesehen, glaube ich Schwuppdiwupp Einmal raufgebimst hier So Kann ich jetzt eigentlich schlafen? Das wäre echt optimal Ich glaube, du musst einfach auch wirklich pennen gehen Wenn gerade die Nacht anbricht Weil er lädt sich ja immer auf Während des Tages Und wenn du dann, ja, ein bisschen zu spät pennen gehst, dann Ja, brauch er immer ein bisschen Dann kannst du erst wieder mitten in der Nacht schlafen gehen Warum auch immer Ich hab keine Ahnung, warum das so ist Das Bett, das kann nur alle paar Stunden genutzt werden Anscheinend Klopf, klopf Und da fällt er Watsch So Es wäre tatsächlich ein bisschen realistischer Wenn man es wie in Stranded Deep gemacht hätte Dass der Baum umfällt Und man ihn dann nochmal selber zerteilen muss Frage ist nur Will man sowas? Weil es ist auch ein bisschen nervig, ne? Gerade, also in The Forest In Stranded Deep baust er nicht so mega groß Ähm, aber Ja Aber jetzt hier in The Forest Da baust er schon ein bisschen mehr Da stellt sich natürlich die Frage Dass das Ja, ich glaub, das würde ein bisschen nerven Wenn du dann jedes Mal den Baum noch einzeln auseinander nehmen musst Das wäre, glaub ich, ein bisschen zu viel des Guten So, guck mal Dach ist auch gleich fertig Wie gesagt, unten nach ist erstmal Aufnahmepause für mich Feierabend Ende im Gelände Nada Mehr fällt mir nicht ein Lag hier noch irgendwo einer? Nö Schade